Auf Wiederhören. Das ist verrückt. Ich habe euch gar nicht gehört. Ja, ist doch klar. Du stehst in einer Telefonzelle. Dafür ist sie da und dafür hast du sie dahingestellt. Und jetzt kommen wir zum Thema Akustiktrennwand. Damit sie auch morgen noch konzentriert arbeiten können und nicht von ihrem Nachbarn eine Frikadelle ans Ohr gelabert bekommen. Flexibel einsetzbar, je nach Stimmungslage. Und vom Besser-Ferstehen kommen wir jetzt zum Besser-Stehen. Und dafür braucht man elektromotorisch und verstellbare Tische. Das ist doch mal eine vernünftige Arbeitshaltung. Jetzt brauchen wir nur noch den passenden Bürostuhl. Unser Allround-Bürostuhl. Der für jeden Zweck. Unser Design-Modell. Für jeden, der es schick mag. Dreht sich nicht. Sieht aber gut aus. Wartezimmer, Konferenz, Meeting. Kein Problem. Diesen bequemen Stuhl. Knackig und dynamisch. So wie Sie. Büroeinrichtung Stock. Für Fragen Stocki kontaktieren. Wir sind für Sie da. In Wuppertal. In Deutschland. In Europa. Weltbau. Überbau. Ja, überall. Überall. Unsere Büromöbel werden besonders nachhaltig produziert. Hervorzuheben wäre unsere Büroschulserie Ocean, in welcher wir Recyclete-Fischernetze verwenden.